Joachim Streich, das erste Oberligaspiel in völlig neuer Rolle als verantwortlicher Trainer. Wie fühlt man sich da? Ich muss sagen, ich bin aufgerichter und so war ich als Spieler nicht mehr. Als Spieler nicht gewesen? Das ist doch was ganz Neues. Es ist eine ganz neue Situation für mich und ich muss ehrlich sagen, ich werde sehen, wie ich mit den 19 Minuten fertig werde. Wie wollen Sie sich denn nun dem Meisterschaftsdritten des vergangenen Jahres stellen? Wir haben in der Vorbereitung versucht spielerisch zuzulegen und hoffen, dass natürlich bei dem Meisterschaftsdritten 1. FC Lok Leipzig auch hier in den 90 Minuten zu bestätigen.